Insofern haben wir aus unserer grundsätzlichen Wertehaltung heraus uns überlegt, dass wir die UEFA darauf ansprechen. Ich hatte vorher mit dem Präsidenten des DFB natürlich gesprochen, der das ähnlich sieht. Aber verantwortlich ist die UEFA und deshalb haben wir die UEFA angeschrieben. Wir haben bis jetzt noch keine Rückmeldung bekommen. Also die Schreiben sind ja gestern erst rausgegangen und müssen halt abwarten. Wir haben alle teilnehmenden Vereine gleichermaßen angeschrieben mit der Bitte, uns zu unterstützen. Also die Frage ist, was tun wir, wenn? Und die Antwort ist, dass wir zunächst mal davon überzeugt sind, dass die UEFA sich überlegen wird, da zu intervenieren. Sollte das nicht passieren, man muss immer sagen, unter den aktuellen Umständen, weil die Umstände können sich ändern, würden wir antreten. Aber die Bühne, die wir da bekommen, nutzen.